Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Weiter geht's in diesem Tempel, der offensichtlich den Brauch von der 3D-Mechanik macht. Okay. Ist man hier irgendwas? Ne, ne? Okay, man sollte hier absolut nichts sehen. Äh, raus wieder. Dann nehmen wir erstmal das. Das ist der Kompass, das ist doch schon mal praktisch. Da ist ein Schatz, ja. Hm, und eine Truhe. Hier komme ich nicht durch, okay. Das da oben, was ist das? Wie komme ich da hoch? Das ist eine Brücke, das ist eindeutig eine Brücke, aber wie schaffe ich es da hinzukommen? Okay. 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 Achso, da komme ich gar nicht hoch. Das ist auch gar nicht Sinn der Aktion da hier. Sinn der Aktion, was hier irgendwo weiterzukommen. Gut, da hinten komme ich nicht durch, ne? Weil hier ein Stein ist, genau. Kann ich den nicht irgendwie hochheben oder so? Ne. Also dieser Stein verhindert, dass wir es schaffen. Okay, dann müssen wir wirklich hier jetzt weiter. Ich hoffe sehr, dass wir hier die Handschuhe bekommen, mit denen wir diese Steine hochheben können, weil das wäre sonst ein bisschen nervig. Also, jetzt machen wir hier auch die Abkürzung, ha? Achso, ne. Wir füllen alles mit Sand. Ja, okay, das zählt als Abkürzung. Genug Abkürzung, um mal als Abkürzung zu zählen. Passt. Was haben wir denn hier? Ach, fangen wir doch auf. Gehen wir davon aus, dass wir jetzt hier hin müssen. Ja, nein. Toll. Äh, okay. Wir müssen hier lang. Ah, okay, wir hätten da. Ja, ja, ja. Okay, okay, ich sehe es. Dann können wir hier an die Wand. Okay. Okay. Mal kurz auffüllen. Und dann ab zum Boss-Schlüssel, hoffentlich. Ja. Ah, den Titan-Handschuh. Oh, nice. Das war jetzt nicht, was ich erwartet hatte, aber okay. Ach so, weil wir jetzt, die brauchen wir jetzt eh, um ins nächste Stockwerk zu kommen. Ach du Scheiße, das ist ja groß. Boah. Okay, damit haben wir wohl alles hier geschafft. Geld nehme ich trotzdem gerne an mich. Geld spenden sind immer gut. Hier links, hier runter. Okay. Jetzt müsste ich ja den hier können. Boah, alter Faller. Wie er sich anstrengen muss dafür. Armer Link. Aber er kann sie sogar tragen, oder? Ja. Wow. Respektabel Leistung, mein Freund. Und damit haben wir auch hier einen kleinen Schlüssel. Und jetzt sollte es uns gelingen, hier endlich durchzukommen. Ah. Das ist cool. Gibt es ja doch noch ein paar Geschalter-Items hier in den Dungeons. Das ist sehr verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Ah, jetzt sind wir hier draußen. Okay. Ja, cool. Der Dungeon erinnert mich an etwas. Nämlich daran, dass genau dieser Dungeon genauso ähnlich auch in A Link to the Past schon existierte. Ach, schön. Da wären ja fast Erinnerungen wach. Gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wüsten-Tempel Teil 2. Sehr gemeine Einleitung. Sehr, sehr gemeine Einleitung. Sehr gemeine Einleitung. Jetzt weiß ich, wieso ich drei Herzen bekommen habe. Sehr, sehr gemein. Als ob. Weg. Haben wir es jetzt geschafft. Sieht so aus. Ah, ja, ja, ja. Und dann können wir jetzt für immer und ewig hierher kommen. Achso, hier hätte ich mich schützen können. Alter Vater. Das war jetzt nicht so einfach. Okay. Wir können jetzt entscheiden, ob wir links rum oder rechts rum gehen. Oder wir machen es wie ich und holen erstmal das hier. Ich habe beschlossen, wir gehen hier rum, weil da ist... Na, wir gehen andersrum. Wir gehen andersrum. Weil andersrum ist zwar die Tür, aber andersrum können wir auch einfach alle Truhen mitnehmen. was ist so etwas Harry. Wir gehen andersrum. Als ob. Als ob hier einfach ein Bonusraum ist. Ich muss den Sand wegkriegen. Oh, wait. Oder? Ich mach den hier. Lol. Oh, ich bin so gut in dem Spiel. Ich bin so gut. Von der Drobine. Nice. Nehme ich mit. Sonst ist hier nix. Wie sieht's denn hier aus? Oh, Herzen sind hier. Oh, nein. Und hier nix. Okay. Jetzt muss ich nur hier irgendwie durch, ne? Äh. Fuck. Das versuch ich gleich nochmal. Du bist so ein Heldling. Und damit meine ich nicht. Ah, scheiß doch drauf. Dann halt nix. Schon in Ordnung. Wie krieg ich den dann tot? Das hügt ihn nicht so. Okay, das hügt ihn auch nicht so. Ah, verdammt. Hä, wie war'n das? Ah ja, genau so war das, ne? Mit der Schnellwahl. Wenn man jetzt auswendig wüsste, wo die ganzen Dinger sind, dann wär das alles kein Problem. Okay. Okay. 100 Rubine, jetzt füllen wir uns reich und schön. Oh nö, nicht schon wieder du, ey. Hier käme ich zum Eingang zurück. Okay, also geht's jetzt hier weiter. Hä? Ah ja. Ah ja. Okay, alles klar, Link. Ich kann also nur so. Ne, da muss man von oben rein. Oh, das sieht immer schwieriger aus. Uff. Uff. Da geht's nicht weiter. Okay. Ähm. Ja, das war irgendwie klar. Ja. Ja, lass dich einfach von deinem Kumpel besiegen. Okay, jetzt kann ich den noch hier hochholen, ne? Also so, den muss ich ziehen. Wohin muss ich dich denn ziehen? Wohin muss ich denn dann ziehen? Ich hab keine Ahnung. Achso, ich kann nicht. Oh. Wie komm ich da hin? Von keiner Seite? Lol, what? Äh. Lol, what? Wie komm ich hier an die Seiten? Äh. Oh wait, ich hab doch einfach... Ich hab doch einfach... Warte, warte, warte. Wie war das? Ich muss das antippen und dann... Diese Schnellwahl ist einfach nicht schnell. Achso, das geht in dem Zelda hier nicht. Ja, alles klar. Ja, 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 okay. Das ist eine coole Idee, die gefällt mir. Hier kann ich weiter. Oder alternativ kann ich gar nichts tun. Ah, ist ja praktisch. Also muss ich hier mal wieder den Sand aktivieren. Halt, halt, halt. Halt, halt. Erst den Sandstab ausrüsten. Hm, okay. Wie geht's hier weiter? Wie geht's hier weiter? Keine Ahnung, oder ist das eine Truhe? Mit Geld. Na, das ist ja in Ordnung. Geld nehme ich immer mit. Kann ich mir bald schon mein nächstes Item kaufen? Was ist denn hier? Nichts, ne? Ach, YOLO. Okay, dann muss ich weiter oben anfangen, aber auch hier oben bin ich noch nicht. Achso, okay. Okay, ja. Boom. Na, sowas. Fuck. Wie schaffe ich das? Achso, ich kann den auch nachhinein, kann ich den auch hochheben. Ja, alles klar. Okay, ja, das ist easy. Das kriege ich hin. Das kriege ich bald hin. Easy. Und die hier geben mir den Hinweis, dass ich hier erstmal warten muss. Sehr nett. Gut. Okay, gut. So, bevor wir jetzt hier in diesem Raum. So, ja, okay. Ich kann nicht den Raum noch fertig machen. Oh Gott, das sieht schwer aus. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Falls euch die hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Bis dahin. Servus. 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 Servus.